Hallo Leute, heute eine Empfehlung von meiner Seite und zwar die Firma Datenrettung SBK. Und zwar was ist, wenn ihr eure Daten auf einer Festplatte gespeichert habt, im Notebook drin, auf der externen Festplatte oder hier auf so einem USB-Stick oder auf der gebrannten CD oder auf so einer Speicherkarte oder hier auf so einer internen Speicherkarte im Smartphone drinnen. Und was macht ihr, wenn da auf einmal USB-Stick rein, keine Daten mehr rein, Computer hochfahren, da ist nichts mehr da, was macht ihr da? Und da habe ich einen Tipp für euch, und zwar die Firma Datenrettung SBK. Die machen einen Datenrettungs-Service, eine Dienstleistung, und zwar für Festplatte 1,8 Zoll bis 3,5 Zoll. Ein Betriebssystem, um Windows oder Apple ist denen egal, die machen beides. Der Ablauf sieht so aus, wenn ihr so einen Fall habt, diese Festplatte funktioniert jetzt nicht mehr. Dann packt ihr diese Festplatte, schickt sie zu dieser Firma, Datenrettung SBK, noch hin. Die machen euch eine kostenlose Analyse, also gratis Diagnose machen die von euch. Also sprich, es kommen jetzt noch keine Kosten auf euch zu, dann sagen die euch, hey, wir hätten die und die Daten, die können wir retten und sowas. Also geben euch ein Feedback, was zu retten ist, eine Dateiliste, und dann sagt ihr, okay, cool, machen wir zu dem und dem Preis. Und dann stellen die euch das ganze Zeug wieder her, schicken euch die Datenreger zurück, und ihr habt wieder eure Daten und seid happy, und habt sozusagen vielleicht eure Bachelorarbeit wieder, eure privaten Fotos, euer sonst was, was man sich vorstellen kann. Video, Dokumente und anderes. Und dann das Coolste an der Firma, was ich wirklich sagen muss, wenn es keine Daten gibt, gibt es keine Kosten. Und, was auch noch cool ist, 24 Stunden Notfalldienst, also wenn es mal schnell gehen muss, sind die für euch da. Also, falls ihr mal so ein Problem habt, wisst ihr jetzt, an wem ihr euch wenden könnt, wünsche euch noch einen schönen Tag. Link habe ich unten in den Beschreibungen, also hier, so, und da rein. Und, äh, wünsche euch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.